Norddeutscher Rundfunk 2021 Könnte ich mir noch einen Schluck von dir einen Drink nehmen? Das schmeckt sehr gut. Cool, guys, hey, hello. Can I have a sweet drink? Es geht hier ums Prinzip der 5 Ws. Damit finden wir jetzt raus, was ihr wirklich wollt. Erstens, wer will ich sein? Zweitens, was will ich machen? Drittens, wer will mit mir spielen? Viertens, warum will ich mich umbringen? Und fünftens, wieso will ich Henning immer einen blasen? Okay, jetzt kreuzt mal an. Ja, nein. Henning, ich glaube, du hast einen Sonnenstich. Du müsstest dich mal selbst reden hören. Du nervst. Und mach endlich den blüten Lippenstift runter, ja? War das klar genug? Ich liebe dich. Okay, aber das bleibt absolut unter uns. Außer uns weiß niemanden davon, ja? Die sind für mich, oder was? Ja. Ähm, Henning, das ist unser Herr Vermieter. Miete ist erledigt, Mann. Ja, das freut mich aber, ey. Ja, das freut mich aber, ey. Ja, das freut mich aber, ey. Ich hab ne Limo für dich gemacht. Nee, danke. Hast du auch Bier? Süße, wenn du jemanden heimlich umbringen willst, dann musst du ihn heimlich umbringen und nicht auffällig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.